Hallo, ich wollte mich bei euch verabschieden, natürlich nicht für immer, aber für diese Reihe auf ein Espresso mit Birger Schäfermeier. Die ist vorbei und die Aufrufzahlen haben uns wirklich ermutigt, auch weiter über neue Formate nachzudenken. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen und bitte um Anregungen, wie könnten weitere Formate aussehen, wie können wir euch unterstützen im Training, denn das Ziel unseres YouTube-Kanals ist es ja, dass wir euch mit Wissen rund um das Training bereichern. Und ja, gebt uns doch einfach mal ein paar Ideen, was hat vielleicht gefehlt, was könnten wir noch machen. Wir sind offen für die Ideen und freuen uns dann auch demnächst mit weiteren Formaten euch im Training zu unterstützen. Ein weiteres haben wir ja schon, das ist das Tabula Rasa, alle zwei Wochen Donnerstags auf diesem YouTube-Channel und deswegen lohnt es sich den auch zu abonnieren. Bis dann, bye-bye, euer Birger.